Es gab im 20. Jahrhundert in der Konservatoire in Paris immer für die Prüfung ein Stück, die bestellt wurde, für die Studenten, die haben immer das Stück dann bekommen, ein paar Monate vor der Prüfung, und sie mussten dann alle das spielen. Und dann, da haben wir sehr viel Repertoire bekommen, der 20. Jahrhundert. Das ist leider nicht mehr der Fall, aber wir haben ja wirklich sehr, sehr viele. Jetzt werden wir ein Stück davon hören, und das letzte Stück auf dem Programm ist auch deswegen geschrieben worden. Also das Ziel war, dass es sehr schwer zu spielen ist, dass man sehr viel zeigen kann gegen sehr wenig Zeit. Und jetzt werden wir das gerne verhandeln. Das ist das Concertivo von Marcel Pitsch. Das hat einen sehr langsamen ersten Teil, und dann jetzt aber wieder zufrieden. Erfolgt ist Jana Siza. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020